Herzlich Willkommen zu einem neuen Nähvideo. Ich möchte dir heute zeigen, wie du ganz einfach einen Rollsaum mit deiner Nähmaschine nähen kannst. Der Rollsaum ist der perfekte Abschluss für deinen Rock, für dein Kleid, für dein Oberteil oder auch für deinen Ärmel. Zu Beginn schaltest du deine Overlock aus. Dann nimmst du dir eine Schere und den Schraubenzieher, der bei deiner Overlock dabei war. Jetzt nimmst du dir die Schere und schneidest den linken deiner Fäden durch. Nutze dein Handrad, um die Nadeln an die höchste Position zu drehen. Anschließend nimmst du den Schraubenzieher, um die linke Nadel zu lösen. Ziehe die Nadel jetzt aus der Halterung heraus und lege sie beiseite. Drehe die Schraube anschließend wieder fest, damit sie sich nicht lösen und rausfallen kann. Jetzt öffnest du deine Overlock. Klappe das Messer herunter, indem du das hintere Stellrad reindrückst und nach vorne drehst. Anschließend verstellen wir die Beschneideeinrichtung, indem wir das vordere Stellrad reindrücken und den roten Schalter von S auf R stellen. Jetzt klappst du das Messer wieder hoch, indem du das hintere Stellrad reindrückst und von dir wegdrehst. Schließe nun deine Overlock. Jetzt stellst du die Obergreiferspannung auf 6 bis 7. Dies machst du an dem rechten der oberen vier Rädchen. Anschließend stellst du die Stichlänge auf R. Dafür nutzt du das obere Rädchen an der rechten Seite. Schalte deine Overlock nun wieder an, hebe den Nähfuß und ziehe die Fäden leicht nach hinten weg. Nimm dir dein Stück Stoff und lege es mit der rechten Seite nach oben vor dein Messer und beginne mit dem Nähen. Auf diese Weise hast du dir einen wunderschönen Saumabschluss mit Hilfe deiner Overlock genäht. Hier siehst du noch einmal den Unterschied zu deiner rechten Stoffseite.